Als Paddy Seal kannst du jetzt erst richtig loslegen. Jetzt kommen die absolut coolen Aquamissions. Psst, mach die Überraschung nicht kaputt. Komm, wir zählen ein bisschen. Na gut, aber bevor sie Paddy Seals sind, dürfen wir nicht alles sagen. Die Paddy Seal Team Aquamissions sind cool, weil du dir aus vielen verschiedenen Welche aussuchen kannst. Und nach zehn weiteren Aquamissions bist du Paddy Master Seal. Und das ist ganz schön was. Meine Lieblings-Aquamission ist das Nachttauchen. Du übst mit Unterwasserlampen umgehen und deine Tauchfertigkeiten im Dunkeln. Klingt ja gruselig. Nicht für ein Paddy Seal. Mir hat das Tauchen im Dunkeln total Spaß gemacht. Aber am besten war die Aquamission, wo man unter Wasser Fotos oder Videos vom Buddy macht. Manchmal hat man keine Tauchausrüstung dabei. Mit Maske, Schnorchel und Flossen kannst du auch viel Spaß haben. Darum geht's bei der Aquamission Schnorcheltauchen. Hast du dich schon mal gefragt, wie es ist, als Astronaut im Weltraum zu arbeiten? Es gibt sogar eine Aquamission, wo du übst, wie ein Astronaut schwerelos zu sein. Eine andere zeigt dir, wie man an einem versunkenen Schiff taucht. Das kannst du dann vermessen und eine Karte davon zeigen. Bereit fürs Wasser? Es wird dir gefallen, Paddy Seal zu sein. Und vergiss bei deinen Aquamissions nicht, deinem Tauchlehrer immer gut zuzuhören. Dann tauchst du sicher und hast mehr Spaß. Okay, wir haben eine Aquamission. Los geht's! Das Wasser ruft! Hey, wir sehen uns! Unter Wasser! Im Paddy Seal Team! Paddy Seal Team! Super! Super!